Dankeschön fürs Warten. Ich hab direkt noch Kontaktlinsen gekauft. Lass mich die Tüte tragen. Oh, Merci. So, dann fehlen nur noch... Strumpfhalter und Strümpfe geben wir. Schauen Sie sich gerne um. Hey, kurze Frage. Wie lange dauert das ungefähr noch? Bist du gleich soweit? Ja, bin sofort fertig. Und noch eine Frage. Darf ich eigentlich in diesem Laden sein? Ist das denn erlaubt? Klar, warum denn nicht? Aber den anderen Kunden. Ist es bestimmt unangenehm, wenn ein Mann hier rumsteht, oder? Soll ich lieber rausgehen? Hier sind doch lauter Pärchen. Das stört niemanden. Was? Das ist mir so unangenehm. Ich bitte dich. Beeil dich, Marin. Takana, guck mal. Na, was denkst du? Sieht gut aus, oder? Jeder kann dich sehen. Mach bitte wieder zu. Guck ruhig. Ich muss mich doch immerhin dafür bedanken, dass du heute mitgekommen bist. Oder willst du noch mehr nackte Haut sehen? Mann! Hör bitte auf, mich zu ärgern, okay? Du kannst ja richtig brüllen.